Hallo und herzlich willkommen zu meinem Kanal BioXI. Hier mache ich euch fit für die kommenden Prüfungen. Und heute wollen wir ein sehr interessantes Konzept behandeln. Viel Spaß damit und los geht's. Wir befinden uns im Bereich A, also Einheit und Diversität und hier auf der Systemebene Moleküle. Und wir wollen uns mit Nukleinsäuren beschäftigen. Nukleinsäuren-DNA zum Beispiel befindet sich bei Eukaryoten im Zellkern. Das wäre dann die obere Systemebene. Und hier haben wir diese einzelnen Strukturen, die ihr schon kennt, die DNA-Nukleotide, die gemeinsam mit vielen anderen DNA-Nukleotiden die DNA bilden. Diese bestehen aus Phosphat, Desoxyribose und einer Base. Und diese DNA-Nukleotide haben bestimmte Bindungen. Und diese Bindungen, die sind heute der Schwerpunkt. Und zwar nennen wir diese Bindungen zwischen Phosphat und dem Zucker auch kovalente Bindung, weil sie sehr fest sind. Und diese kovalenten Bindungen werden von dem Zucker und dem Phosphat innerhalb des Nukleotids an einer ganz bestimmten Stelle gebildet. Und zwar zwischen dem letzten, dem fünften Kohlenstoffatom, das ist die sogenannte Fünfstrich-Bindung, und dem Phosphat. Die andere Bindung mit Zucker und Phosphat ist dann am Drei-Strich-Kohlenstoffatom des Zuckers. Und hier kann dann, wenn viele dieser Nukleotide aneinander binden, der Zuckerphosphat oder diese Zuckerphosphat-Bindung das Rückgrat der DNA bilden. Wir wissen ja aber, dass die DNA ein Doppelstrang ist. Wir haben also jetzt einmal dieses Rückgrat uns angeschaut, diese Zuckerphosphat-Bindungen. Und nun gibt es aber noch eine andere Art von Bindung zwischen den Basen der jeweiligen Nukleotide. Denn ihr wisst ja, wie gesagt, das ist ein Doppelstrang, also zwei Stränge, die jeweils in antiparalleler Richtung laufen. Und die sind über Wasserstoffbrückenbindungen verbunden. Das sieht man hier sehr schön. Zum Beispiel hier zwischen Ardenin und Thymien gibt es halt zwei Wasserstoffbrückenbindungen. Und diese bilden dann die DNA-Helix. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr habt auch wieder was gelernt und fühlt euch ein bisschen sicherer mit dem Stoff. Insbesondere die Keywords solltet ihr beachten und versuchen mit wenig auswendig lernen, den größtmöglichen Erfolg zu haben. Und dabei helfe ich euch auch mit den nächsten Videos. Schaut ruhig wieder rein. Bis dahin, ganz liebe Grüße, tschüss, euer Exi.